Heute schauen wir uns die Top 3 der Kriegsvölker an, die es im Crusader Kings 3 gibt. Damit ihr jeden Krieg gewinnen könnt, werden wir uns anschauen, wie wir diese Kriegsvölker maximal buffen können und warum sie am besten geeignet sind, um eben jeden Krieg für euch zu entscheiden, selbst wenn ihr deutlich unterlegen seid. Habt ihr noch nicht die Videos geschaut, wo ich grundlegend aufs Militär und aufs Kriegsvolk eingehe, dann schaut jetzt mal hier in die Playlist hinein, denn das solltet ihr entweder jetzt oder nach dem Video unbedingt nachholen, damit ihr überhaupt eine Ahnung habt, worum es hier so richtig geht. Denn wir schauen uns an, welche Kriegsvölker sind da, aber wie kann ich die vor allen Dingen auch bis zum Maximum pushen. Da hilft auch sehr gut zu wissen, was Mischkulturen sind, wie man Mischkulturen bildet. Auch da könnt ihr einen Link unten in der Beschreibung oder in einem ganzen Playlist finden. Beginnen wir mal mit einem absoluten Klassiker, und zwar den Beräger Veteranen. Diese Beräger Veteranen sind eine schwere Infanterie, die mit massiven Startwerten ausgezeichnet ist. Ihr seht schon 48 Schaden, 34 Zähigkeit und 10 Verfolgung. Keine Abschirmung, das heißt, ihr solltet mit diesen Typen nicht verlieren. Allerdings ist es auch echt schwer, mit denen zu verlieren, die sind extrem overpowered. Ihr seht auch die Geländewerke, ihr habt nur positive Effekte, und zwar jeweils 6 Schaden, 4 Zähigkeit bei diesen 3 Geländetypen hier. Zwar im Hügel, in der Ebene und im Ackerland. Und ihr kriegt im Winter auch nochmal 6 Zähigkeit, 6 Abschirmung dazu, sowohl im rauen als auch im normalen Winter. Ich werde euch hier einmal erklären, als Beispiel, wie es in der Stammes- und der Fodalen-Regierung ist. Ich werde es beim anderen dann aber nicht mehr tun. Ich kann euch aber sagen, ihr könnt generell als Stamm natürlich sehr gut buffen. Da die nordische Kultur mit die beste Kultur für es im Stamm hat, massive Boni zu kriegen und damit richtig gut abzugehen, würden wir es einmal hier einfach zeigen. Und zwar brauchen wir einfach nur diese drei Gebäude hier. Und zwar haben wir als erstes Mal das Kriegslager. Es ist das buffende Gebäude für Plänkler, schwerere Fußvolk und für Reiterschützen. Dieses Gebäude bufft 40 und 20 Prozent auf der zweiten Stufe und 20 und 10 Prozent in der ersten Stufe. Wichtiger ist noch, die Stammesfeste, denn die bufft jedes Kriegsvolk um 40 Prozent im Schaden und der Zähigkeit. Und warum habe ich einen Handelshafen da? Ja, das liegt einfach daran, denn wenn ihr die Küstenkriege habt, habt ihr nicht nur vier verschiedene Kriegsvölker, was schon krass genug ist, noch ganz viele andere Fähigkeiten, sondern auch noch Handelshafen haben mehr Boni für stationiertes Kriegsvolk. Außerdem könnt ihr die dann auch in Stammesbesitz-Zimmern bauen, was sie halt zu einer extrem kranken Tradition macht. Das haben wir aber, wie gesagt, in dem Mischkultur-Video auch schon mal erwähnt. Guckt es euch gerne nochmal an. Und wenn ihr jetzt da drauf geht, seht ihr, dass wir auf Stufe 2 die 20 Prozent Zähigkeit hinzubekommen. Das ist jetzt nicht die Welt, aber mal kostenlos mitgenommen, ist das schon eine verdammt hohe Zahl. Was uns dann auf schlappe, ohne jeglichen anderen Bonus, auf schlappe 88 Schaden und 64 Zähigkeit kommen lässt. Und jetzt weiß ich, einen Tippen schon einen Kommentar ein. Omni, wie konntest du das vergessen? Nein, nein, ich wollte euch nur ein bisschen teasen, denn das Ganze in der Stammes-Epoche geht sogar noch tiefer und noch weiter. Und ihr könnt das noch mehr nach oben treiben. Aber ihr könnt euch trotzdem gerne einen Kommentar und direkt noch ein Like da lassen, auch wenn es einfach nur sagt, du hast das vergessen. Kein Problem, Hauptsache alles, was den Algorithmuskitzel bringt, das Ganze nach vorne. Und zwar könnt ihr unter speziellen Umständen, wenn ihr entweder einen Hügel, einen Berg oder eine Bergwüste habt, sogar noch ein Gebäude bauen. Und zwar die Kriegerhallen, das ihr nur in speziellen Regionen bauen könnt. Und zwar nicht nur, wie ich gerade schon sagte, Berg, Hügel, Bergwüste, sondern nur in speziellen Regionen der Welt. Das könnt ihr in der Wikipedia einfach nachschauen. Es sind gewisse Regionen, nicht überall könnt ihr dieses Gebäude bauen. Als nordische Herrscher habt aber den Luxus, eigentlich überall die bauen zu können, wenn ihr eben Berg, Hügel oder Bergwüste habt. Und ihr seht schon, die könnt ihr hier natürlich nur bis zur zweiten Stufe aufbauen, ihr könnt nicht zur dritten Stufe gehen. Aber damit kriegt ihr nochmal schweres Fußvolk, 20% mehr Schaden und 5% Zähigkeit. Das bringt das Ganze nochmal höher, als wir eh schon hatten. Und zwar können wir die jetzt hier hinsetzen und würden schon bei 93 Schaden sein, ohne irgendwelche anderen Buffs. Was diese Regionen bei Terraner sich zu absoluten Tieren macht. Das Ganze könnt ihr durch euren Befehlshaber nochmal buffen, das habe ich euch ja im Tippvideo gezeigt. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es nochmal an. Und außerdem könnt ihr noch etwas benutzen, was ich bisher noch nie erwähnt habe. Und zwar die Auszeichnung. Deshalb braucht ihr jemanden mit der Vorhüter-Auszeichnung. Und ihr seht schon jetzt, bevor überhaupt irgendwas passiert ist, sobald ihr ihn eingesetzt habt, könnt ihr erstmal das Regiment um 2 erhöhen. Denkt dran, sehr teuer. Bei Regal Veteranen sind extrem teuer, fast doppelt so teuer, wie das normale gepanzerte Fußvolk. Also immer schön das Prestige oder Gold im Auge behalten. Und ihr kriegt auch nochmal 10% mehr Schaden und 10% mehr Zähigkeit. Habt ihr das Ganze auf der Stufe 6, kriegt ihr 20% Unterhalt verringert. 6 Regimenter mehr, 60% Schaden und 30% Zähigkeit. Nur auf Stufe 1 haben wir bereits jetzt durch unseren Ratsmarschreit und eben diese Auszeichnung 103 Schaden pro Regal Veteranen-Stack. Und denkt dran, die zählt als 100 Schaffen, das heißt 100 Einheiten mit 103 Schaden und 70 Zähigkeit. Damit könnt ihr alles vernichten. Und damit könnt ihr eigentlich jeden Krieg absolut gewinnen, wenn ihr das noch gut vielleicht mit etwas kombiniert, was es noch Folgungen gibt. Das heißt, ihr könnt durch ganz einfach Schritte, die ich euch hier gerade gezeigt habe, ihr braucht nur Kasernen. Mehr ist als Forschung, glaube ich, nicht drin. Vielleicht noch Felderwirtschaft und schon könnt ihr hier die auf diese Prozentzahlen hinaufbringen. Natürlich ist das bei Weitem nicht alles, denn wenn ihr fertilisiert seid, dann wird das Ganze nochmal wesentlich spannender. Denn ihr habt neue Möglichkeiten, eure Gebäude bis zur 8. Stufe aufzubauen. Und es ist auch interessant, welches Gelände ihr jeweils benutzt und ob es eben in einem Herzogstum, also einer Herzogs-Hauptgemeinschaft ist, oder ob es einfach in einer wahllosen Grafschaft irgendwo am Rand der Welt ist. Wenn wir unsere geliebte Geländekarte heraufholen, mit der ihr mittlerweile hoffentlich immer spielt, wenn nicht, Abo da lassen, Like da lassen und guckt euch die Videos an. Denn wichtig ist, welches Gelände haben wir hier. Jedes Gelände gibt verschiedene Gebäude. Jedes Gelände hat andere Möglichkeiten. Und was wir suchen für unsere schwere Infanterie, ist halt alles, was natürlich schwere Infanterie bufft. Also was ist sowohl bei allen anderen anwendbar, aber Varega-Veteranen sind ja die Stärksten, die es da gibt. Aber ob ihr da jetzt Mubari-Zun und irgendwelche anderen, wie Aya oder sowas, komplett egal. Die Varega-Veteranen buffen sich genauso, weil sie halt schwere Infanterie sind. Und da könnt ihr verschiedene Sachen sehen. Erstmal, wenn wir einfach mal rum reingucken, ist nicht mehr das optimalste Beispiel, hat aber durch Ackerland, ebenso wie es die Aue hat, hier unten zu sehen, im Nilbereich und unten in Afrika, könnt ihr ein Gebäude bauen, was einfach absolut gigantisch ist. Und das ist das Übungslager. Denn das Übungslager gibt auch wieder pauschal jedem Kriegsvolk, 10%, 20%, 30% und so weiter, bis 80% stationierte Schaden und Zähigkeit. Dieses Übungslager gibt es, wie gesagt, nur in diesen beiden Typen, nirgendwo anders. Nur in Auen und Ackerland könnt ihr das bauen. Bietet also für alle Kriegsvolker schon mal eine super Grundlage. Ich zeige euch gleich aber auch nochmal, was für schweres Kriegsvolk noch relevant ist. Dann haben wir noch ein weiterer Gebäude, die wir bauen müssen. Denn ein Gebäude ist immer zu finden in jedem Gebiet, das ist die Kaserne. Diese Kaserne, 20% Schaden, nicht wirklich verteidigen, sondern verteidigen kommt erst ab der dritten Stufe, auch 20% verteidigen, dann 60% Schaden. Das heißt, mit der Kaserne kriegt ihr für eure schwere Infanterie bis zu 120% Zähigkeit und 160% Schaden. Was natürlich ein absolutes Must-Have-Ib ist, das müsst ihr auf jeden Fall hier mitgenommen haben. Außerdem geht es dann noch um ein weiteres Gebäude und zwar die Grobschmiedenreihe. Diese Grobschmiede sieht erstmal nicht sehr beeindruckend aus, weil es nur 10% sind, aber wieder für alle Kriegsvölker. Das ist in jedem Gebiet, was ihr im Kriegsvolk stationiert, sollte schon mal eine Grobschmiede stehen. Für die Regevateraden geht das natürlich genauso. Ihr seht, irgendwann kommt auch die Zähigkeit hinzu, bis zur achten Stufe im Spätmittelalter. Da könnt ihr 80% Schaden und 60% Zähigkeit hinzubekommen. Wenn ihr das nochmal aufrechtet mit der Kaserne und dem Übungslager und noch etwas, was noch dazu kommt, also auch der Burg natürlich noch und sogar nach dem Herzogsgebäude hier, auf die Bodenschmiede gehen. Dann seht ihr am Anfang kriegt ihr 10% Schaden und 30% Zähigkeit. Bei zweiten Stufe 20% Schaden, 60% Zähigkeit, 30% Schaden, 90% Zähigkeit. Dann habt ihr wirklich die Buffs, die man im Ackerland alle für die schwere Infanterie zusammen haben kann. Ich zeige euch jetzt das Ergebnis, das relativ realistisch um 1100 zu erwirken ist. Nämlich, wenn ihr relativ gut auf meinen Tutorials mit in der Entwicklung gegangen seid, dann könnt ihr folgendes erreichen. Sechste Stufe Kaserne, sechste Stufe Grobschmiede, sechste Stufe Übungslager. Ihr könnt die Burg auf Stufe 3 bekommen, was ja die 30% gibt und eigentlich sogar die Grobschmiede auf 2. Ich hatte keine Lust auf die Kultur zu warten. Ich glaube, die 10% und 30% reichen uns auch, denn das Ergebnis ist folgendes. Wie gesagt, 1050, wenn ihr richtig krass forsch könnt, ihr es 1075 schaffen. Ich sage mal, 1100 ist realistisch, wenn ihr gut eure Entwicklung gepusht habt. So seid ihr dann bei saftigen 126 Schaden mehr und ich habe hier nicht mal meinen Befehlshaber ausbilden lassen. Der ist nicht mal dabei, den müsste ich jetzt hier anklicken. Der ist gerade dabei, aber ist noch nicht fertig. Das heißt, die sind noch nicht mal ausgebildet darin, der Schaden wirkt also noch höher. Ich denke aber, es reicht als Bild. Ich will euch ja nicht einfach nur komplett flaschen mit den Level 8 Gebäuden, sondern realistische Darstellungen geben. Diese 1600 Verräger-Veteranen können eigentlich alles zerfetzen, das könnt ihr euch vorstellen. Eins, was hier noch fehlt, ist Verfolgung. Dazu könnten wir aber mal im zweiten Video kommen, was wir da für Spezialeinheiten noch haben, wenn ihr das denn gerne wollt. Also einfach in die Kommentare schreiben, dann mache ich da noch was zu. Als Alternative, wenn ihr eben kein Ackerland oder Auen haben wollt könnt oder wie auch immer, bietet sich wieder Berghügel oder Bergewüste an. Denn da könnt ihr wieder die Kriegshallen bauen, Kriegerhallen bauen. Und diese Kriegerhallen könnt ihr nur, denkt dran, in bestimmten Plätzen der Welt bauen, nicht überall. Deswegen nicht erwarten, dass ihr die in Indien oder in Afrika bauen könnt. Müsst euch einfach mal die Karte anschauen. Aber Italien, Deutschland und die nordischen Gebiete sind auf jeden Fall mit dabei. Dann könnt ihr euer Volk auch sehr gut buffen, habt aber nicht das Übungslager dabei. Habt aber vom Schadenswert einen ähnlichen Wert, nämlich 40% beim vierten Stufe. Bei der sechsten Stufe eben entsprechend 60%. Dafür Verfolgung dazu, aber weniger Verteidigung. Wenn wir jetzt Poletto mal gucken, die sind nur auf Stufe 4 im Gegensatz zu Stufe 6, sind wir hier auch schon bei 81 plus 129 Schaden. Und das ist auch noch immer nicht das Beste, was ihr haben könnt. Denn der Heilige Gra liegt wie so oft in Indien. Denn Indien mit diesem einen Gebiet hier hat noch eine Besonderheit. Denn erstmal haben wir hier Ackerland. Wichtig ist, das Ackerland muss an der Küste liegen. Und dann habt ihr die besondere Forschung, die Innovation. Wutzstahl. Und dieses Wutzstahl ermögliche ich euch nochmal ein Gebäude zu bauen, was einfach absolut lächerlich ist. Das heißt, wenn ihr zufälligerweise mit eurem nordischen Charakter einfach hier hinkommt, hier diesen tollen Typen nimmt und hier bauen könnt, dann schaut euch mal an, was ihr da bekommt. Ich kriege nämlich noch die Schachtöften und die geben euch einfach mal auf der sechsten Stufe 120% Schaden und Zähigkeit. Was absolut lächerlich ist. Nur in Indien, an der Küste baubar, sonst nirgendwo. Also ganz wichtig zu merken, nur hier. Dann haben wir unser Übringungslager, weil es halt Ackerland. Dann haben wir Kaserne. Wir haben unseren Handelshafen, der auch nochmal 60% Zähigkeit bringt. Und eben die Grobschmiede. Und ich habe jetzt mal Level 2 von den Kronenschmieden genommen. Und jetzt schaut euch mal an, was wir für ein schönes Kriegsvolk haben. 235 Schaden. 420% dazu. Der Befehl ist aber noch nicht mehr fertig mit Ausbilden. Ihr könnt noch die Auszeichnung dazu bekommen, die ich hier nicht aktiviert habe. Ihr könnt natürlich auch noch im Lebenswandel noch was dazufügen. Aber ihr seid hier natürlich dann bei einem Wert, der astronomisch ist. Und wir sind auch immer, das ist noch immer der Zustand, den man um 1100 haben kann. Ihr müsst daran denken, wenn ihr genug Geld, genug Entwicklung, genug Forschung habt, könnt ihr diesen Zustand herführen und könnt damit die gesamte Welt überrennen. Wenn ihr also eine Weltteierschaft machen wollt, ja, hiermit geht das sehr, sehr gut. Die Verrega-Veteranen sind da exzellent. Auch dieses Gebäude zeige ich euch nicht nochmal. Dieses Wutz-Stahl-Gebäude geht aber immer. Die Schachtöfen gehen natürlich bei jedem einzelnen Kriegsvolk, was wir noch zeigen werden, ob es jetzt im nächsten Video ist oder in diesem. Das heißt, das zeige ich euch einmal, denkt daran, diese 120% kann man potenziell noch rausholen. Es geht nur bei Gebieten eben, die an der Küste sind, in Indien, sonst nirgendwo. Behaltet euch das halt im Kopf. Eine kleine Ergänzung, nur damit ich das arme Gebäude nicht vernachlässige. Es gibt noch ein Gebäude, was die schweren von T-Baf, würde ich aber nur im Notfall nehmen. Habt ihr den Lehmziegel, Türme, die Wachtürme. Die könnt ihr in ein Trockengebiet, Oase, Steppe bauen. Bringt euch ein bisschen was, wie ihr sehen könnt. Ist aber eben nicht verhältnismäßig zu Ackerland, Aue, Hügel, Berg oder Bergwüste eben wegen diesen speziellen Gebäuden, die da mit drin sind. Aber notfalls könnt ihr hiermit natürlich auch arbeiten und dann Kasernen, Gruppschmier dazu. Aber habt eben nicht dieses Übungslager oder diese Kriegerhallen. Gehen wir mal weiter zum nächsten Kriegsvolk. Und wie könnte es anders sein als die guten alten Reiterschützen? Die sind die Meister neben den Conny, die aber eher eine spezielle Nische einnehmen, der absoluten Verfolgung und Vernichtung. Die Reiterschützen sind auch relativ speziell zu buffen. Es ist aber so, dass ihr in sehr ähnlicher Weise habt. Also keine Sorge, es ist nicht so lange wie beim Verrega-Veteranen. Denn wir haben beim Verrega-Veteranen die Spezialgebäude schon abgehakt, die vor allem alle Kriegsvölker buffen. Und hier ist es sehr, sehr ähnlich, wenn ihr euch die Reiterschützen anguckt. Stamm könnt ihr nämlich auch wieder vorgehen, da werde ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Und diese Riff-Kurvboden-Kompositbögen, beziehungsweise einfach Pferdeherden bauen. Und diese Pferdeherden seht ihr schon buffen eure Reiterschützen abartig stark. Und diese Gebäude könnt ihr eben nur bauen, wenn ihr die Kulturtradition habt, die euch auch die Reiterschützen gibt, also die Pferdefürsten. Also relativ easy zu bekommen. Ihr kriegt dieses Einreiten von Wildfären allen Besitztümern dieser Kultur, was schon ziemlich krankhaft ist. Ihr braucht halt nur diese Tradition und solltet das auf jeden Fall auch mitnehmen. Denn dadurch könnt ihr den Reiterschützen zum absoluten Monster machen. Schauen wir uns erstmal die Reiterschützen an sich an. Reiterschützen sind eben Reiterschützen von der Art her sehr selten. Es gibt ganze zwei Typen. Und zwar einmal im Basegame, eben die Reiterschützen. Und dann mit dem DLC in Persien gibt es noch lächerlich krankhaft starke Reiterschützen, die ihr nur über das DLC und dieses persische Vermächtnis bekommen könnt. Die werden sehr ähnlich gebufft, wenn ihr wieder hier jetzt dieses Beispiel mit einem Ackerland nehmt. Ihr müsst natürlich nicht im Ackerland spielen, denn eben diese Pferdeherden könnt ihr wirklich überall bauen. Ihr seht schon, die Reiterschützen kriegen in allen, allen Fähigkeiten einen massiven Buff dazu Schaden, Zähigkeit, Verfolgung und Abschirmung. Und nicht nur in Schaden und Zähigkeit, wie bei den anderen Beispielen. Außerdem wird eure Armee auch noch wesentlich schneller, was schon ziemlich krass ist. Und ihr braucht entgegen Wachtung oder was man vielleicht denken würde, das Schießgelände, nicht den Turnierplatz. Ich würde das natürlich niemals verwechseln. Und dann kriegt ihr hier unten auch noch einen Buff zu euren Reiterschützen. Auch nochmal Verfolgung, nochmal Abschirmung, nochmal Schaden, Zähigkeit. Ihr merkt schon, wo das hinläuft. Zähigkeit wird allerdings nicht so weit erhöht. Dann habt ihr natürlich wieder euer Übungslager. Ihr habt ja einen Hafen jetzt, der zählt natürlich nur, wenn ihr nordisch seid. Oder eben diesen Perk habt, damit euer Handelshafen diese Zähigkeit bufft. Und dann haben wir die Pferdeherden und natürlich wieder die Grobschmiede. Ihr merkt, das wiederholt sich jetzt natürlich. Das heißt, das hier ist unser optimaler Wert. Plus halt noch die Wutschstahl, die man theoretisch dazu rechnen kann. Wieder um 1100 so rum. Und dann habt ihr eben in Kiew folgendes Ergebnis. 163 Schaden, 68 Zähigkeiten, vor allen Dingen 80 Verfolgung. Was derart krass ist, damit könnt ihr jede Armee komplett aus dem Leben hauen. Wenn ihr sie zum Beispiel nur in die zweite Phase bekommen könnt und sie dann verfolgt, könnt ihr eigentlich so gut wie alles bei denen ausräuchern. Das heißt, selbst bei einer größeren Armee, die ihr irgendwie nicht in der ersten Phase zerstört bekommt, weil ihr nicht genug Werkelvateranen habt oder sowas, könnt ihr die dann sofort verfolgen und komplett vernichten. Die Abstimmung ist auch noch zusätzlich sehr groß, selbst bei der Flucht sind diese Viecher super stark. Und das Krasse ist halt, ihr seht schon, auch die sind eine 100 Schaft. Das heißt, wenn ihr davon 2000, 3000 habt oder sowas, mit diesen Stats könnt ihr auch einfach alles komplett ausrotten. Wenn ihr das noch mit dem Werkelvateranen mischt, was ich ja hier getan habe, könnt ihr euch vorstellen, wie meine Kriege so gelaufen sind. Ja, ich sage mal, recht gut. Ja, recht potent. Mal die realistischere Variante zu zeigen, gehen wir einfach hier mal in Kapua. Ich habe hier einfach mal die ganzen Geschichten gebaut, können einmal unsere Sachen übertragen hier auf Kapua. Ihr seht 85 dazu, statt eben 117. Ist trotzdem noch eine deutliche Summe, die wir dazu bekommen. Ihr seht das gleiche eben ohne das Übungslager natürlich. Das geht halt nicht. Wichtig ist auch, was ihr auf jeden Fall daran denken sollt, baut nicht wahllos Ställe, denn Ställe, Waffen, Reiterschützen eben nicht. Ihr seht es hier, nur leichte Reiterei und schwere Reiterei. Das heißt, diese Gebäude bringen nicht. Reiterschützen, auch bei den Elefanten kann ich das schon mal sagen, seid ihr immer auf der Jagd nach den Gebäuden, die euch für alle Kriegsvölker etwas dazu geben. Und das wären wir halt beim Wutschstahl, bei Übungslager auf Ackerland Aue. Wutschstahl eben an der Küste in Indien. Denn diese Gebäude geben euch halt immer irgendwelche Vorteile. Und auch hier könnt ihr eine Auszeichnung kriegen. Und zwar diese hier, erste der Vorhut. Und zwar habt ihr da auch wieder die Möglichkeit, das selbe Prinzip, das zeige ich euch auch nochmal hier. Müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen, wenn ihr Maximum rausnehmen wollt. Dann kriegt ihr wieder Reiterschützen, Regiment dazu und noch mehr Verfolgung. Es ist halt komplett abgespaced. Schaden und Zähigkeit auf der sechsten Stufe, könnt ihr euch vorstellen, wird das Ganze natürlich wirklich nur noch lächerlich. Müsst ihr das ja auch erstmal hinkriegen. Und da wird verringert, ihr kriegt noch mehr Hundertschaften von diesen Reiterschützen. Ihr bekommt mehr Schaden von 60%, 30% Zähigkeit, 60% Verfolgung. Es ist wirklich schwierig, die zu bekommen. Ihr könnt aber auch Traditionen bekommen, die Auszeichnung noch zu buffen. Also schneller Erfahrungen zu sammeln. Nur ihr müsst halt immer dafür sorgen, dass ihr wirklich konstant Nachfolger hier habt. Wenn ihr auch im Kusch Playthrough, auch das kann man im zweiten Kanal nochmal gucken. Da seht ihr nämlich die anderen Reiterschützen, die einfach wirklich nur abgespaced sind. Und die heißen Asavira. Die kriegt ihr nur über diesen Vermächtnisbaum hier. Deswegen nehme ich die natürlich auch in diesen Slot mit rein. Diesen Vermächtnisbaum, Brillanz und dann uralte Autorität. Komplett versteckt steht da ganz unten, ganz klein. Ach ja, ihr könnt übrigens ein komplett lächerliches Reiterschützen-Volk nehmen. Und schaut euch mal diese Werte an. Ich meine, müssen wir dazu noch mehr sagen. Es sind halt die Neuesten, die kennt wahrscheinlich fast keiner aus. Ihr habt da bei Kusch mitgeguckt. Die haben einfach mal 111 Schaden, 56 Zähigkeit und 35 Verfolgung ohne irgendwelche Buffs. Ihr könnt euch also vorstellen, was die, wenn ihr das mit dem Kiew, was ich eben gezeigt habe, einmal Buff, was die für Werte haben. Ich kann euch mal zeigen, was ich momentan hier habe. Das ist nicht so perfekt. Aber ihr könnt sehen, dass die jetzt schon bei 219 Schaden sind mit fast 50 Verfolgung. Und ich habe ja noch nicht mal optimiert. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, ein Kriegsvolk zu schaffen, das sogar noch stärker ist als die Vereger-Veteranen. Und dabei noch unfassbare Verfolgung haben. Wir werden jetzt zum dritten Kriegsvolk kommen. Das sind natürlich die schweren Kavallarien. Dann seht ihr, dass das natürlich auch ein ähnlicher Wert ist. Aber ihr müsst halt überlegen, dass diese oder diese Verfolgung eigentlich nirgendwo zu übertroffen werden kann mit solchen Schadenswerten. Also wenn ihr mal ein neues was probieren wollt, Asavira, Brillanzvermächtnis, müsst ihr wie gesagt DLC von Persien haben. Bevor wir zum letzten Kriegsvolk weitergehen, gebe ich schon mal vorab einen Tipp für Reiterschütz und für die schweren Kavallarien zusätzlich. Denn ähnlich wie die Kriegehallen gibt es ein Gebäude auf der ganzen Karte, also der Weltkarte, das ihr bauen könnt. Da, wo ihr nicht die Kriegehallen bauen könnt. Also auch im Hügel, Berg und Bergwüste. Und dieses Gebäude sind die Hangweiden. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier hingehe und dem Kleinen hier sage, hör mal, ich hätte jetzt gern Bock auf deinen Titel. Dann können wir einmal hier in Granada reinschauen und können sehen, dass wir hier in den Bergen, Bergwüsten und Hügeln wieder die Hangweiden bauen können. Und die will ich nicht vergessen, weil auch die Buffen unsere Reiter schützen. Und auch schon mal für die Nächsten die schwere Reiterei, also Kavallarie. Die kommen natürlich mit den Hangweiden nicht an das Übungslager von Ackerland und Aue ran. Das ist einfach immer noch das Beste, was es gibt. Wenn ihr da noch Wutzstahl ergänzt, kommt ihr da wesentlich höher. Ihr seht halt 40%, 15%. Beim Übungslager würdet ihr 40, 40% bekommen. Trotzdem ist es eine sehr gute Alternative im Bergen, Hügeln und Bergwüsten in dem Bereich, wo ihr es nicht bauen könnt. Ich blende hier einfach auch mal eine Karte ein, damit ihr sehen könnt, das ist ein bisschen crazy. Deswegen guckt es euch einfach selber an. Das Einzige, wo es einen Nachteil bietet, ist bei den schweren Kavallarien, wozu wir jetzt kommen. Denn die kriegen keine Welle und Türme, sondern ihr kriegt hier diese Hügelfestungen. Und die buffen keine schwere Kavallarien. Wo wir aber zum letzten kommen, noch ganz kurz gesagt. Reiterschützen natürlich brillieren in Steppe, Ebenen und Trockengebieten. Ihr habt eben vielleicht bei den Asavira gesehen. Die sind vor allem auch in Wüsten auch gut, aber auch in Trockengebieten. Und sind nicht sehr gut in Dschungeln, Feuchtgebieten und Bergen und Bergwüsten. Bei gerade den Sachen, bei den Reiterschützen seht ihr Feuchtgebieten, Berge und Bergwüsten, gibt es minus 30 Schadenabzug. Das kann schon am Anfang, wenn ihr noch nicht so krass gebufft habt, um 1100 herum, schon deutlich zu spüren sein. Da solltet ihr darauf achten, die Asavira haben auch noch Wintermalus. Aber ihr solltet mit denen halt am besten nicht oben in Sibirien kämpfen. Dafür gibt es nämlich ein anderes Kriegsvolk. Wenn ihr nämlich mal ein spezielles Kriegsvolk haben wollt, dann schreibt es einfach nochmal in die Kommentare. Das mache ich auch dann sehr gerne, wenn das Video dementsprechend noch angekommen ist. Und das Witzige ist nämlich auch, noch ein spezielles Kriegsvolk ist nämlich eins der einzigen, die die Reiterschützen kontern. Und das sind die Schokonu, die es bei einer Kultur ganz, ganz weit im Osten gibt. Und die Armbussschützen. Nichts anderes countert Reiterschützen, was eben ganz wichtig ist. Selbst die Pekiniere, man könnte es ja vielleicht meinen, dass die Pekiniere das in irgendeiner Form countert. Nein, tun sie nicht. Das heißt, dadurch sind die Reiterschützen auch nochmal besonders, besonders stark. Und jetzt zum letzten, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Es müssen natürlich die schweren Kavallerien sein. Da gibt es sehr viele verschiedene Arten. Ganz ehrlich, selbst die Basisvariante mit der gepanzerten Reiterei reicht schon. Ihr habt 108 Schaden als Basis, 39 Zähigkeit und 20 Verfolgung. Ihr habt bei den Katafrakten halt 129, 39, 25. Also einfach nur noch mehr. Das ist einfach eine bessere Variante. Die Gendarmen, die man zum Beispiel aus Frankreich bekommen kann, sind noch besser. Kommen aber erst im späten Mittelalter, deswegen für mich eher nicht so gut. Aber Katafrakten kriegt ihr einfach von der griechischen Kultur, wie ich schon mal gesagt habe. Und dann sind natürlich im gleichen Rahmen auch die georgischen Monasper, die auch einen sehr ähnlichen Schaden haben. Die sind allerdings gut in Berg und Hügel, was sie halt ganz cool macht. Während die Katafrakten eben im Eben- und Trockengebiet gut sind, dafür im Berg-, Hügel-, Bergwüste- und Reuchgebiet eher schlecht sind. Die Monasper beginnen halt dann mit ein paar Schaden weniger, wie wir sehen können. Haben aber dafür natürlich ein bisschen bessere Geländemodifikationen. Aber jetzt auch nicht gigantisch anders. Alle drei, ach alle vier Arten könnt ihr nehmen. Das ist komplett egal. Dann gibt es dazu noch mit dem Persien-DLC. Bei Soktisch zum Beispiel, also alles im iranischen Herkunftsbereich, könnt ihr das hinzufügen. Die Tarkane, die auch, wie ihr sehen könnt, noch sehr ähnlich sind und dafür wieder im Wüsten und Trockengebiet gut sind. Aber die tun sich alle nicht sehr viel. Ihr seht nur, bei den Tarkanen, die haben noch mehr Verfolgung als Base-Dead, was eben auch sehr stark sein kann. Und wie man die wafft, das zeige ich euch jetzt. Naja, ihr merkt schon, es wird wieder aufs Gleiche hinauslaufen. Ackerland und Auer sind halt einfach absolute Könige. Es gibt allerdings beim Schwerer-Kavallerie noch ein paar Sachen, die man erwähnen kann. Natürlich mit Wutsch, da wäre es halt noch stärker. Ja, dasselbe Spiel wie immer. Ihr seht, wir haben wieder das Übungslager, wir haben ein Grobspiel, diesmal Stallungen, die wirken auch, und die Turnierfelder. Und ihr könnt jetzt sehen, was das für Stats sind. Denkt dran, die haben halt schon 120 als Basis-Stats. Ähnlich wie die Asavira. Die Katafakten haben dann, wenn wir mal in Rom hineinschauen, plus 372 Schaden. Und damit einen Schaden von 502. Ja, muss ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Zähle ich keine 135, Verfolgung ist sogar auch ganz gut. Nicht so gut wie halt bei den Reiterschützen natürlich, aber auch schon sehr, sehr gut. Und jetzt guckt nochmal unten auf die Boden-Ödel Mali in Bergen minus 50. Es ist so banal irrelevant. Mit den Katafakten in diesem Status, nochmal um 1100 herum, kannst du auch in den Bergen kämpfen. Es ist komplett egal. Wenn die halt statt 500, 450 machen, ist egal. Außerdem haben wir nämlich in diesen Gebieten hier auch noch die Kernburg, also Welle und Türme. Die zusätzlich, können wir jetzt nochmal sehen, unsere Schwerer-Kavallerie-Buffen, wenn wir die hochsetzen. Und dadurch werden die Stats sogar noch höher. Ihr seht es hier, es springt nach oben, pro Dingens so um die sechs Schaden hinzu. Das heißt, wir haben sogar zusätzlich zu den Stellen noch eine Befestigungsanlage, die uns erstmal eine super Festungsstufe gibt, einen Verteidigervorteil gibt. Und nochmal 30% für Schwerer-Reiterei. Und damit sind wir bei 526. Und das ist jetzt noch nicht mal gigantisch. Das Einzige, was halt das Krasse ist, sind halt die Übungslagen. Jetzt denkt euch dabei nochmal einen Wutschstall mit 120% dazu. Ich glaube, ich muss nicht mehr viel sagen. Das ist natürlich die Schwerer-Kavallerie mit Abstand den höchsten Schaden zusammenballern kann. Das Einzige, was man halt beachten muss, es sind natürlich keine 100 Schaden. Wir haben ja 50er. Das ist bei den Avasavira genauso. Wir haben da nur 50 Einheiten pro Stack, was natürlich den Schaden etwas runtersetzt. Ihr könnt euch aber vorstellen, dass diese Einheiten komplett alles vernichten werden. Ich habe euch ja gezeigt in dem einen Video, dass dieses, gerade bei Katafakten, die Werte sehr hoch explodieren. Und ihr seht, das ist tatsächlich lächerlich viel, wie man dazu bekommen kann. Nochmal, hier können auch immer auch eine Auszeichnung gemacht werden, die auch Willi-Statsen zubringt, die euch mehr von denen bauen lassen kann. Ihr müsst halt nur daran denken, alle, die ich euch gezeigt habe, außer die Reiterschützen, sind schweineteuer. Man muss dazu erwähnen, dass eben diese Welle und Türme in folgenden Gebieten möglich sind zu bauen. Und zwar können hier in Ackerland, in Auen, in Feuchtgebieten und in Ebenen gebaut werden. Das heißt, ihr schafft in diesen Gebietsarten immer auf jeden Fall diesen Buff mit 30%. Ist natürlich nicht gigantisch, da gibt es natürlich deutlich bessere Buffs. Aber das heißt, wenn ihr so Übungslager nicht bauen könnt, könnt ihr mit Stall, Grobschmiede, Welle und Türmen und dem Turnierplatz trotzdem eine sehr solide Menge, also 400 Schaden, erreichen bei euren Katafrakten. Das macht sie halt auch deswegen, weil Welle und Türme relativ gut zugänglich sind, auch zu den stärksten oder mit den stärksten Kriegsvollkern, die es eben gibt. Ihr müsst aber auf jeden Fall aus der Sternwäsche-Epoche raus sein. Ihr müsst feudalisiert sein und ihr müsst halt extrem viel Cash ausgeben. Ihr kommt da also nicht so früh ran, wie zum Beispiel Verräger-Veteran. Kann man mit Prestige auch gut unterhalten. Das ist mit Katafrakten auch möglich, aber ist mehr Arbeit und lohnt sich eigentlich für den Bonus, den ihr da kriegen könnt, nicht so sehr, wie eben, wenn ihr feudalisiert seid. Es ist trotzdem natürlich möglich, aber Verräger-Veteran sind da wesentlich zugänglicher, genauso wie die Reiterschützen, die sind deutlich zugänglicher. Katafrakten und alle Schwerkavallerie plus die Asaviri, ich nenne immer den Namen anders, ihr wisst schon, dass andere Reiterschützen folgt, sind halt dabei schwieriger zugänglich. Und wie ihr merkt, hat Lasse hier mit seinem Meme, das er im Discord gepostet hat, wo ihr gerne vorbeikommen könnt und mich auch erheitern könnt mit tollen Strategie-Memes. Oder einfach um zu quatschen, ganz, ganz recht. Die Übungslager sind halt der Shit, den es gibt. Und gerade bei diesen Top 3 ist es halt das, was man immer wieder erwähnt, weil sie damit am besten funktionieren. Es gibt aber natürlich noch ganz, ganz viele besondere Kriegsvölker, die eben auch eine besondere Erwähnung verdienen. Wir haben ja auch manche Kombinationen, die auch sehr krass von den Gebäuden und Geländetypen sind, noch gar nicht beachtet, wobei wir ja schon einige Highlights dabei hatten. Ihr könnt euch aber denken, dass bei den ganzen Sperrträgern, die wir noch gar nicht beachtet haben. Lenkler. Bei der Leichenkavallerie vor allen Dingen, ich weiß, da werden jetzt schon einige jammern, dass ich die nicht erwähnt habe. Die Conny, die könnten natürlich auch noch kommen. Die Elefanten und so weiter und Bogenschützen gibt es natürlich noch absolute Highlights. Wenn ihr die sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn das Video gut ankommt, mache ich sehr gerne auch nochmal eine Liste, wie man da optimal buffen kann, was da auch die coolsten, speziellen Kriegsvölker sind. Oder vielleicht die Kriegsvölker, die kaum jemand benutzt. Aber erstmal waren das jetzt die Top 3 Kriegsvölker, die wirklich mit Abstand das Beste für eure Armee sind, wenn es darum geht, eigentlich in jeder Situation zu wirken. Die Spezialisten oder die Nischenhafteren oder die Selteneren Benutzten, können wir dann gerne in einem anderen Video machen. Wenn ihr sonst nochmal den Hinweis haben wollt, wie das generell mit der Armee funktioniert, schaut in das Video hier nochmal rein. Oder schaut einfach die ganze Playliste hinein und erfrischt euch nochmal extra Grad zum DLC, ist das ja perfekt, wenn man sich nochmal anschaut, wie das Ganze so abläuft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein.